Where are you? I'm nowhere to be found to go. Egal. Ich hab alter. So warte. Noch nicht abgebaut. Muss ich kurz das Ding, das ich automatisch springe, ausmachen? Er hat schon alles abgebaut, Digga. Er hat schon alles gemacht. Ach so, Digga? Ich hab noch nichts. Scrum mal deine Bar durch. Ja hier. Was denn? Was denn? Ja was denn jetzt los hier? Ja oder? Ich schon Hunger, Digga? Ey, ich geb mal kurz kurz essen. Komm, 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 komm. Reicht das? Ja. Müsste ich eine Antwort machen? Mach ich jetzt sofort, Digga. Lass mich doch erst mal sehen. Da muss ich noch irgendwo hinschalten. Ja, wo denn? Weiß ich nicht. Wo hast du Bock? Ich bin auf jeden Fall nie in der Lava, Digga. Ja. Er hat immer alles abgebaut. Weiß wir. Ich bin einfach da unten, Scheiß, Digga. ich dachte wir machen das witzchen die amortiger jetzt mal ein bisschen früher wo sind denn die ganzen tiere hier 32 ja leute was geht hätte kommt dann wieder auf meinem kanal und heute schwierig mit dem lieben fabio zusammen microsoft zwar spielen werden let's play together in survival modus wir spielen so lange bis sie 1.17 raus ist und ich hoffe dass es ein sehr sehr gutes projekt wird dass wir sehr sehr viel freude daran haben dass wir sehr sehr coole strukturen bauen ich weiß gar nicht wie man so eine anmacht macht für so ein projekt bin ich ganz ehrlich mit dir erst mal leichter lassen erst mal leichter lassen ja ich will mal sagen wir haben wir haben jetzt nicht unbedingt irgendetwas im kopf so was machen wollen aber vielleicht so das ein oder andere mal streben irgendwie sowas wir holen jetzt erstmal ein bisschen holz hier denke ich mal damit wir wenn wir an den start gehen ja ich weiß nicht warum aber ich hatte irgendwie bock darauf sowas mal zu machen vor allem mit fabio ist ja ganz chillig ein auf den ja auch ganz spannend ich baue sehr viel ob es dann schön ist ist die andere sache also wir haben vor weil wir haben vor die minecraft welt bis die 1.17 raus ist dann zu veröffentlichen und für 100 euro dann im store zu veröffentlichen das ist halt dann einfach casual money was wir dann halt einfach haben für 100 euro für die 100 euro earnings ja ja für die 100 euro minecraft earnings damit wir mehr earnings haben als die ganze vorne kittys ja ich weiß gar nicht was ich weiß gar nicht was ich weiß gar nicht was ich sagen wollte die wichtigste frage ist wie geht es hier mir geht es ziemlich gut würde ich mal behaupten ich habe heute auch noch nichts getrunken also 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 nur wasser ohne kohlensäure genau nur wasser ohne kohlensäure stilles wasser gesund ist das ein auf ein auf healthy lifestyle ihr wisst wie es läuft ähm stilles wasser, gesundes Leben ja wir haben tatsächlich mit dieser mit dem ziemlich ziemlich viel glück weil ähm ich hab ich hab irgendwie so ein fetisch für berge digga weiß auch nicht warum aber immer wenn ich im berg seh werde ich ganz ganz voll und ja da schneide ich auf jeden fall was rein und ich hab irgendwie Bock wieder was im berg zu bauen und ich denke das wird dann ziemlich nice ähm ich weiß noch gar nicht was ich baue wir bauen ja erstmal was zusammen ne so muss das sein ja sicher erstmal einer hier auf digga ich bin einfach wieder da für da 10.000 diamanten farben wie immer ja digga ich geh oder ich mach wieder diese andere farben digga wie letztes mal oh ja man wir gucken jetzt erstmal was wir machen ähm wir farben jetzt erstmal ein bisschen und dann gucken wir äh in der nächsten folge werden wir dann erstmal einen platz suchen wo wir zum ersten mal bauen vielleicht wird es auch einfach nur so eine kleine hülle digga hier irgendwo ich seh schon wahrscheinlich direkt so groß sein digga weil auch kein essen digga ich armer vielleicht da hin uns jetzt erstmal ein bisschen auf und dann irgendwann sagen wir uns die Korts wo wir sind und trennen wir uns wieder wollen wir das so machen ja okay ja ich bin halt hier immer noch am berg baue mich hier gerade so ein bisschen rein für die erste Wohnung ich höre schon mal ein paar Sachen ja kannst du ja machen ist ja schlimm ähm ja ey oder ich weiß ich weiß ich jetzt ich habe jetzt hier ohne Facecam gemacht egal weil es ist gar nicht wie spiel ist es es ist 3 oder 10 ähm nächste Folge mit ich seh wahrscheinlich ein bisschen scheiße aus gerade äh lass doch erstmal den Code da ob ihr überhaupt die Mitzcam sehen wollt egal ob ihr überhaupt mein hässliches Gesicht sehen wollt äh 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 er meint auf jeden Fall nicht meint man nämlich nie sieht boah niemals liege ich erstmal digga erst mal liegen geil 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 aber was ja das ist ein bisschen komischen Bäume digga die schweben einfach in der Luft digga zwei zwei Balken davon sind aber weg weg überhaupt holz ich hab keine Ahnung man boah das ist so leise digga oh erzähl ich sogar übelst Profis digga wir sind wir sind den übelsten Commentary Profis ich schwör ich bin einmal äh im Kreis gelaufen geil einmal im Kreis gelaufen ja super what the fuck hier kommt digga Kohle 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 Digga will ich das einmal zeigen das ich jumpman äh was kann ja dreimal schon fack oje ja oje 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 Boah! Boah! Essen! Ja, Digga! So, dann nehmen wir mal rein. Ich werde jetzt nach einer Stunde, es wird schon die größten Nackenschmerzen haben, weil ich nach oben gucken muss. Ein bisschen. Also es wird spaßig. Also Leute, ich hab' ein Fernsehen, der an der Wand ist, und der ist ein bisschen höher. Und ja, jedes Mal muss ich meinen Kopf verrennt, so ein 360 machen gefühlt damit. Oh, echt? Also davon, wenn ich irgendwann einen Nackenbruch hab, ist das nicht mein Problem. Ja, ne, ist auch nicht dein Problem. Sag ich hab' meinen Siegel gezockt. Mensch! So, dann hab' ich hier erstmal schonmal Büsche angesammelt, Digga. Ein nach dem. Na, hast du auch schon mit Wurm? Bald kommt mein Musikcover kaputt. Kommt bald. Ja, Mann. Es kommt bald. Weißt du noch nicht, wie das heißen wird? Juckt uns auch eigentlich nicht. Äh, äh. Mann doch. So, erstmal ne Schaufel. Machst du nicht hier jetzt schon schön, Anna? Willst du jetzt schon wieder nach Green League? Ja, wenn's... Wenn das nicht schön wird, dann... Oh, ganz schnell Hühner töten. Äh, auf, ähm, Haram-Basis. Warum soviel essen? Was? Du musst genauso an alle, äh, die, äh... Fasten. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich fasten, Digga. Wahrscheinlich fasten, Digga. Wahrscheinlich fasten, Digga. Wie geht das überhaupt richtig? Man isst den Tag nix... Und darf dann irgendwann um 3 Uhr... Nachts... 4 Uhr nachts was essen man hat? Ja, irgendwie, irgendwie halt nachts so. Keine Ahnung. Digga, ich dachte zuerst, man darf einfach gar nix essen einen Monat. Hä? Hä? Ich dachte mir so, hä, Digga, ja... Hä? Wie will man dann überleben? Hä? Keine Ahnung. Einfach... Einfach Boss, oder was? Ich glaub, ich würde das sogar auch aushalten. Wie ehrlich? Digga, du bist jetzt schon so stummeldünn, Digga. Du wirst gar nix aushalten. Ey! Leider ist zu. Hm. Auf jeden Fall... mehr. Alles klar, Digga. Ja, Digga. Um es so zu sagen, bei dir ist einfach ein bisschen mehr Fett... Oha! Oha! Und bei mir ist weniger Körperfett. Digga, ich hab halt kein Körperfett, Digga, und bin dünn im Scheiße. Wollen wir das draußen klären, oder was? Auf nen Kaffee? Auf nen Kaffee. Heck, Digga. Ihr seht mich drin. Hey, jetzt geht's bei dir, Mann. Wahrscheinlich bist du auch so, um nen Kaffee, und dann musst du mehr Kakao rein. WTF? Auf Ehrenhaus. Was für ne Welt klebst du denn? Ja, weiss ihn nicht. Also grad ne Minecraft, und wo? Ne Blockworld. Ich auch. Einmal Hashtag Cripp in die Kommentare für Fabio, Digga, weil er denkt, dass man Kakao in Kaffee macht, oder diese... Ne, ich meine... Ja, ich weiß doch, Digga. Ich hab mich falsch artikuliert, lass mich um Ruhe. Oh, ich hab im Dorf gefunden, ne? Als ob. Doch. Der schreibt die Kondilaten auf. Digga, und hier sind 10 Millionen Viecher. Eigentlich so viel Essen nicht im Hals mit. Alles mit dem. Irgendwie alles. Ich hab schon 20... Äh, 20... Dings. Boah. Maschallah. So, dann snacken wir mal ne Runde. Und geh mal zum Dorf und mal gucken. Ich kann zwar nicht absolut nicht traden mit den Typen, weil das irgendwie in dieser Version absolut behindert ist. Sorry an den Wort bei, aber muss einfach sein, Digga. Besser... früher war's einfach besser. Gehst einfach hin, sagst Moin. Und hast mit dem Ding getradet, jetzt musst du irgendwas mit dem Flatjump oder Scheiße machen. Kann keine Ahnung. Das ist ja nur, wenn die arbeitslos sind. So wie du. Okay. Seh ihn nicht ein. Seh ihn nicht ein. Und nicht. Mann. Dann wird doch auch mal witzig sein. Ja, aber doch noch nicht mehr einiges dazu. Ey. Werden wir ja noch sehen, Digga. Werden wir ja noch sehen. Ja, wie viel hast du denn? Zehn. Ich weiß, 5 Millionen. Ja. 5 Millionen, Digga. Wie sind wir in solchen Gründen? Nein. Warum nicht? Eisen. Digga, dann sterben aber die ganzen... die ganzen Villager und dann haben wir auch nichts davon. Oh, ja. Fick. Oh, na, alles klar? Mach es auf. Es wäre komplett RIP, wenn die alle sterben würden. Die Wolken war ein, ja? Ja, das jetzt zu sagen ist auch irgendwie komisch. Ah, das ist ja das lieber nicht. Eine Katze rum in einer bestimmten Farbe. Ja. Ui, ich kann mir jetzt schon vorstellen, was für eine Farbe das ist. Digga, ich spinne mal einfach nur für einen 360 auf mich, die machen. Das ist wie die Android mich. Ich spinne schon wieder viel zu viel Rocket League, Mann. Oh Mann, Digga, hier ist doch so viel Reizen. Holy shit. Alles mitnehmen. Wenn ihr mal ein Rocket League Video haben wollt, dann schreibt es in den Kommentar. Ja. Oder ein Android-Tutorial. Obwohl ich es nicht kann. Ja. Obwohl, hat man Online-Matches auch schon gesehen, ne? Hier ein Clip. Ich mach Riga an. Ich mach Riga an. Ich mach Riga an. Digga, Essen läuft ohne Ende, glücklich. Ist heftig. So viel Essen. Oh, ich hab ein Clip mal geschüttet. Shit down. Das ist ein Opfer, Digga. Digga, also den war Löschigey. Ich hab komplett aufgenommen. Ey, Junge. Wir speedrun Minecraft, Mann. Ich schwör. Boah, da ist ein Wunder, bis wir da. Ja, warte. Dann geh mal kurz vom Villager drauf. Dann haben wir noch ein bisschen Content in unserer Video. Oh, ich bin angegriffen. War zum Spiel. Oh Gott. Hilfe. Aua. Nein. Verpiss dich. Geh weg. Kein Mann, wie ich doof war. Das war die Burg hier lang jeden Morgen. Meister, ja. Verbrechen, Alter. Ja. Scheiße, denn jetzt habt ihr keine Chance mehr reinzukommen, Alter. Dann geh mal auf die Burg hier. So, hier bin ich sicher. So, einmal die Codes reinschreiben. Nein. Boah. Boah. Oh, scheiße. Was los? Ich wurde gerade... Ich werde gerade hops genommen. Einfach geschittet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wurde richtig hops genommen, Digga. Boah. Boah. Die Skelette, Digga, sind echt... Ich hatte 20 Level schon. Was? Was? Wo ist mein Schwert? Boah. 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 Bist du denn hingelaufen? Boah. Boah. Du hast gedacht, ich bin Level 20. F至char juicy als uns. Gute, dass ich die nicht höre. Ich nehm ja eh dort so. Besser ist das. Um, um daraus irgendwas zu machen. Genau. Gibt's. 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 Ihr ist ja erster Tode oder? Nein. Ihr ist es zu. Erstmal. Erstmal. Neues Projekt. Neues Projekt. Aber was für ein? Was für ein Thumbnail? Unser. Unser. Neues Projekts. Gibt's. Halt mal den Ich. Und dann ein Thumbnailliger? Eber und Spybrowers dells. Mit dem Schafen. J�G0. Ja. Ich hab ja auch mit aufgenommen, schick dir einfach so einen Screenshot mit Snipping-Tool rüber. Ja, mach mal. Perfekt. Ja, es ist noch ein Wappelbuch. Was sehe ich denn? Nein. Ja, ich habe einen Wappelbuch. Komm mal hoch, ja. Komm mal hoch, mir doch. Hey, der Baby-Zombie ist einfach durch. Chica. So, hier ist dein... Der ist eine Spinne. Hier. Haar Digamon. Was hast du so viel essen, Mann? Digga, hier ist eine Wiese-Mangel für 10 Millionen Tiere. Digga, einfach 12 Schweinefleisch. Digga, ich hab auch 16... Oh nein, jetzt kommt mein Englisch wieder an, ich sag's gar nicht. Ja, erzähl. Ich sag's nicht, nein. Erzähl. Nein, ich sag's nicht. Erzähl. Nee. Nee, 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 nee. Warum nicht? Nee, weil nicht. Erzähl doch. Nein. Ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Erzähl jetzt. Okay, dann sag's nicht. Okay, was, ähm, äh... Was, äh... Digga! Ich glaub's. War ein Schafblatt. Deutsch. Ah. Warum hab ich jetzt 21. 21, Digga. Wie lange nehmen wir schon auf, Mann? Fühlt sich für eine Englisch. Ich schwester, das fühlt sich schon an in einer Stunde. Ja. Ja. Ja, einfach schon. Digga, scheiß doch erstmal in der Aufnahme mit dem Song wechseln. Oh, scheiße. Ich hab den Villager geschlagen. So, Leute, ihr könnt auch gucken, was ich für Musik höre hier. Oh! 32 Rotten Flash, Digga. Für einen, äh... Für einen Emerald. Am meisten, die euch hin hier, ist ein guter Mann. Leider zu früh von uns gegangen. Einfach so guter Mann. Hat keiner gesehen, Digga. Irgendwann kann ich auch, äh, gerade auf Spot ist dann. Ich würde irgendwas explodieren hören. So, hast du Erde? Vielleicht? Ich könnte, ich könnte Erde gebrauchen. Nicht, dass die noch sauer auf mich sind, Digga. Ähm... Da brauchst du so lange noch. Ist das ein Schulprojekt, Orat? Ist das so ein Schulprojekt, die, ähm... den inneren Kern der Erde zu benutzen? Äh, ja. Ich würde jetzt jetzt gar nicht. Ah, okay. Ich frage fünf von... Scheiße, komm mal so. Warten fünf von... Ich hab 30 davon. 30 davon. 30 genug. Äh... Komm raus, hier. Komm raus, Bruder. Oder... So, da haben wir auch gleich das ganze Essen fertig. Ich mach uns nochmal, ähm... Brot. Ja. Hauptsache du hast, äh, ganz ganz viele Seeds. Ähm... Hier schmeiß mal alles die Hälfte runter, hier. Ja. So. Ich glaub, jetzt bist du erstmal ausgesorgt. Jaaa, kann man so sagen. Schwellen kann man sich da eben, Digga. Ich bin einfach der Hammer. Digga, ich hoffe überhaupt mein Mikrofon ist an. Ja, aber... Scheiße. Äh, das ist ja... Das ist ja... Kumpel-Fail, Digga. Ach, Digga, das wär richtig... Eklig. Boah, Digga, ich hoffe es einfach nur, wenn ich Digga will. Digga, du hast ja nicht mal die Dings gelootet. Die Chest. Bei welchem? Ja, hier ist der Chest. Hä? Ja, wow, wusste nicht. Ja, ja. Ich glaub, in der Mine gibt's Chest. Mach mal Minecraft los, Digga. Äh, Mine, Digga. Wahrscheinlich, klar. Alles klar, Digga. Ähm... Ähm... Oha, hier ist voll das schönes Haus. Und Bienen sind hier auch... Ja. Ja, guck dir... Was für Miene, Digga, äh... Beim Schmied bin der... Eingefrisse. Ja, ja, das ist ein Schmied, glaub ich. So, Digga. Wenn der war früher geil aus. Ja, ja, ich weiß. Alles da früher geil aus. Ja, ist ja auch mal geil aus. Ja. Oha, was heißt das jetzt? Ich auch. Mal noch ne Kiste, Digga. Oha... Okay, Digga, danke für die Antwort. Nicht mehr. Ja. Oha, ja. Ja, das Dorf ist groß. Hey, 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 hey. Nee, 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 nee. Geh mal weg hier. Hey, Eisen. Nee. Eisen. Oha, ja. Noch ne Höhle. Ah, Digga, ich zieh mich alles weg, Alter. Ich zieh mich alle ab. Oh, nein. Sorry. Nee, nee, nee. So, jetzt mal wieder essen, wie es sich gehört, ne? Dann farm ich diese Krone noch, Digga, und ich glaub, das war's dann auch mit der ersten Folge. Digga, ich schlösslich, ich mach mir lieber eine OP-Axt als Waffe als Schwert. Komm, warum? Komm, warum? Es ist ehrlich. Die Axt ist so krank, Digga. Hashtag friedlich an all unsere Wikinger-Freunde. Ah, der, da ist noch mehr Kohle. Junge, ich komm, ich komm. Ich komm vom Schiff vom Wikinger. Wie? Echt? Ach, du, oder? Echt? Ja. Mit... Nee. Mit dir, oder nicht? Wann denn? Hat er schon wieder vergessen, weil er zu viel Schlitzwasser getrunken hat. Okay, Leute, ähm, wo bist du? Komm mal her, jetzt. Wir müssen eine Abprobe-Oderation machen, Junge, so machen das professionelle YouTuber. Wir müssen hier runter. Digga, was ist so schön hier? Tja, wir bauen einfach ein riesiges Dorf. Wir bauen einfach eine riesige Stadt, Digga. Oh, ich hätte ihn bespunden. Okay, geil. Und so. Und ich, ich bin einfach... Und Leute, das, was jetzt auf jeden Fall von der ersten Folge von... Minecraft Survival mit Fabio. Und... Ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge, die... Morgen droppen wird. Höchstwahrscheinlich. Und wenn nicht, dann halt nicht. Habt ihr halt Pech gehabt. Ne? Dann sind wir halt zu abgehoben. Ja. Seh ich auch so. Ciao, Leute. Probe! Na hin, Alter! Lass ihn morgen! Lass ihn morgen! ... Hü� ein loser.